Ähm, dann farme ich mit Art und ein paar Bossies, nicht zu verwechseln mit Bussies, nein, nein, Bossies, nicht Bussies, und AP-Bag, also Bloody-Stick, oh, gut beobachtet, Gespenst, also es ist ein Pay-to-win-Larry und Master und Ringmaster, also ein Triple-Larry, damn. Holy moly, was findet Larry, imagine einfach Triple-Larry, und ja, ist ja auch so, natürlich will ich hier komplett alleine sein, weil dann mache ich ja mehr XP und mehr Geld, also für mich ist das viel besser, wenn ich hier komplett alleine bin, habe ich den maximalen XP und Drop-Output, und, ich weiß noch, am Anfang von Flive Universe, aber von denen spielt Save kein einziger mehr, tausendprozentig nicht, äh, haben voll viele Leute gesagt, äh, das ist nicht so, man will beim Label in sauvielen Leuten begegnen, also wegen Nostalgie halt wahrscheinlich, keine Ahnung, und dass es halt voll scheiße ist, wenn man immer nur alleine ist und so. Also, aber das, ja, keine Ahnung. Das erste Mal, wenn dir ein HNR-Ranger jedes Mob vor der Nase weg snipet, weiß nicht, ob du es dann immer noch so siehst. Ich habe mir kaum vorgestellt, dass du dann sagst, oh ja, geil, klau mir das Mob auch noch, yes, drei HNR-Elementoren in meinem Spot, geil, Alter, ich mache heute quasi gar keine XP, let's go, aber Hauptsache, ich sehe viele Leute. Also, das ist ein kompletter Schwachsinn einfach, ne? Wenn das Spiel so viele, also, wenn das, wenn die Spots von den Monstern alle so krass wären wie in Astria bei den, äh, Ancient Mammut, wo an einem Spot legit drei Leute auenen können, ohne dass man krasse XP einboosten hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann wäre es ja was anderes. Also, wenn die Spots auch wirklich darauf ausgelegt wären, dass da überall drei, vier Leute leveln, aber bei voll vielen Spots, dem Small Antiquary Spot, wo ich gerade zum Beispiel war, ist es halt nicht so. Da, wenn da einer HNR levelt, ist es eigentlich schon zu viel. Wenn da noch einer kommt, ist es schon scheiße, für beide. Weil dann beide nur noch halb so viele Mobs abbekommen, wie wenn der Spot leer ist, so. Und so ist es halt eigentlich überall im Low Level. Also, ich esse in Astria so, dass man wirklich sagen kann, okay, man kann sich den Spot auch ganz gut teilen. Oder der Spot ist so groß, dass man sich sogar komplett aus dem Weg gehen kann, theoretisch. Oder man kann sich den Spot komplett aufteilen oder so. Oh, Moment mal, ich muss ja Master Quest abgeben, ne? Ähm, wäre schon cool. So, nächstes Master-Zeichen freigeschaltet, Leute. Ich bin jetzt Orange. Orange. Orange County. Ich bin jetzt Donet Trua. Kappa. Oh, Moment mal. Wow, ist das traurig. Ich hatte da gerade einfach kein End gestattet. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Alter. Ich habe es nicht mal gemerkt. Das hat so wenig Unterschied gemacht. Ich hatte gerade keine End gestattet. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Wow. Wow. Crazy. War das nicht sogar vor Astria? Boah. Schon so lange her. Aber normalerweise ist es auch so, also es hat jetzt nicht mal unbedingt was mit dem FEC-Server zu tun. Also, natürlich auch. Aber die wollen wahrscheinlich auch, dass die Leute auf Burudeng und den ganzen normalen Servern ihre Protects rausballern. Weil wenn dann das neue Update kommt mit neuem Equipment, wollen die ja, dass da die Leute wieder fett reincashen. Und wenn jetzt jeder seine Protects rausballert bei irgendwelchen Upgrade Events, heißt das beim Update, das dann vielleicht Anfang November oder so kommt, wer weiß, hat keiner mehr Protect. Weil aktuell läuft ja auch kein Battle Pass mehr und so. Das ist, wenn jetzt jeder seine quasi gebundenen und ungebundenen Protects rausballert und sich denkt, yippie, Upgrade Event, let's go. Dann kommt das Update aus dem Nichts. Und dann haben sie keine Protects mehr. Dann müssen sie leider wieder zur Kreditkarte greifen. Dann sitzt Gala in seinem Stuhl und lacht. Mohohohohohohoho. Gerade eben gepostet. Ein neues YouTube-Video. Richte das. Clickbait. Was? Hier wieder ein Drama, der Kerl. Damn, Alter, das sieht geil aus. Alter, Streitkolben mit so einem Wikinger-Schild. Damn, Schwert und Schildner, jetzt sieht plötzlich extrem sexy aus. Uff. Leider kann man so nicht aussehen. Wieso? Einfach dreimal Spellweaversring plus 20. Die Typen werden sich halt ganz schön ärgern, wenn nächste Woche Schmuck-Upgrade Event kommt. Aber das war die S-Produkte kommen. A-Produkte, natürlich. Hey, Raze-Gowns. Let's go. Franch. Also, naja, gut, Schmuck plus 2 könnte noch hier liegen, theoretisch. Aber natürlich nicht. Hey, na, nehm, Fiskowns. Wieso haben alle eine Loot-Distribution bekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wieso hebt mein CS-Pad? Ach, weil mein In-Wi-Foll ist, lol. Oh, okay. Und dann geht das Mal in der hasn gew conseguido. Und dann geht's in Алекс mehr. Weiter kö cler dreimal Show. Dar